Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im April mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf, ebenfalls Steinbock. Liebesgöttin Venus steht fast den ganzen Monat über günstig für euch und das hilft, die Spannungen, die in der Luft liegen, auszugleichen. Jobmäßig habt ihr wahrscheinlich sehr viel zu tun und vieles vor, deswegen genießt die Ostertage und macht nicht zu viele Pläne, damit es nicht in Stress ausartet. Falls ihr Beratungsbedarf habt, bin ich natürlich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In meiner Verlosung gibt es in diesem Monat eins meiner schönen Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen, nämlich dieses Jahr mit dem Steinbock drauf für euch und wie ihr daran teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Bitte informiert euch unbedingt in meinem Jahreshoskop Teil 1 oder in meinem Buch über euren Erlebnishintergrund, denn der Kosmos hat viel mit euch vor, ihr habt viel Verantwortung zu schultern. Saturn und Pluto, die in eurem Zeichen stehen, werden diesen Monat rückläufig und entfalten dadurch besonders starke Kräfte. Dabei steht der Pluto jetzt auf der Sonne der Geburtstagskinder vom 11. bis 13. Januar und die Geburtstagskinder vom 30. Dezember bis 2. Januar haben mit Saturn zu tun. Dann haben wir noch die kratzbürstige Lilith, die steht auf der Sonne der Geburtstagskinder vom 5. bis 11. Januar und macht es ihnen schwer, Kompromisse einzugehen, wenn anstehende Aufgaben ihre persönliche Freiheit beschneiden. Und jetzt im April verstärkt aktuell der Mars im Steinbock diese Tendenzen. Mars in eurem Zeichen ist insofern gut, weil er euch mit viel Power und Kraft versorgt. Aber gerade zum Monatsanfang hakt es noch etwas, weil der Mars nämlich hier in Konjunktion mit Saturn steht. Das ist dieses berühmte Gefühl, gleichzeitig auf der Bremse und auf dem Gas zu stehen. Und außerdem ist ja der Merkur rückläufig und steht zusammen mit der Sonne quer dazu. Wahrscheinlich gibt es verschiedene Anforderungen an euch, die sich schwer miteinander vereinbaren lassen. Und ihr müsst euch gut organisieren. Außerdem ändern sich auch Pläne nochmal. Familienmitglieder ziehen nicht richtig mit und jeder will etwas anderes. Und mit dem Mars in eurem Zeichen seid ihr ja nun auch nicht gerade besonders geduldig. Zum Glück befindet sich die Venus jetzt im Stier und das ist ein super schöner Aspekt für euch. Im Laufe des Monats entwickelt sie einen ausgleichenden und harmonisierenden Einfluss, sodass es euch gelingen wird, bei euren Vorhaben mit den Beteiligten an einem Strang zu ziehen. Die beste Phase beginnt am 5. April und geht etwa bis zum 18. Und dieser Aspekt bringt nicht nur Harmonie, sondern versorgt euch auch mit starken schöpferischen Kräften. Ihr werdet bei euren Projekten vorankommen und es wird euch gelingen, gute Ergebnisse beim Manifestieren zu erzielen. Außerdem ist dieser Aspekt zwischen Venus und Mars auch in erotischer Hinsicht sehr prickelnd. Wenn ihr also in einer Partnerschaft seid oder einen Flirt am Laufen habt, nehmt euch Zeit für die Liebe, denn das ist für euch einer der schönsten Aspekte des Jahres. Zur Monatsmitte kündigt sich dann ein kosmisches Großereignis an. Zunächst wird der Merkur wieder direktläufig am 15. April und am 16. April ist Neumond und der fällt zusammen mit Uranus und hat deswegen besonders starke Erneuerungskräfte. Am 17. April wechselt Chiron das Zeichen und geht in den Widder. Das sind kosmische Zeichen der Transformation, der Erneuerung und der Heilung. Der Kosmos macht es euch jedoch nicht so einfach, denn diese Konstellationen stehen in Spannung zur Steinbocksonne. Deshalb kann es sein, dass ihr diese Impulse nicht unbedingt als angenehm, anregend und harmonisch empfindet, sondern möglicherweise auch als störend und chaotisch. Chiron wird in den kommenden sieben Jahren nach und nach herausfordernde Aspekte zu allen Steinbockgeborenen bilden und euch dabei mit euren Schwächen und Fehlern konfrontieren. Das ist durchaus schwierig für Steinbockgeborene, die im Allgemeinen den Anspruch an sich selbst stellen, perfekt zu sein und keine Fehler zu machen. Zumindest darf es niemand merken. Aber es geht ja darum, dass ihr selbst innerlich versteht, dass ihr eben nicht perfekt seid, dass ihr verletzlich seid, dass ihr einfach auch nur Menschen seid. Es geht erstmal darum, dass ihr das für euch selbst akzeptiert und anerkennt, dass ihr euch liebevoll so annehmt, wie ihr seid, mit all euren Unzulänglichkeiten. Der Steinbock neigt dazu, gegenüber sich selbst und bei anderen bei Fehlern sehr unnachsichtig zu sein. Und dieser Transit wird euch dabei helfen, euch selbst und andere mit mehr Geduld und Nachsicht anzunehmen. Das wird aber nicht unbedingt ein Spaziergang, denn harte Chiron-Aspekte bringen oft gesundheitliche Probleme mit sich, die uns eben daran erinnern sollen, dass wir einen empfindsamen Körper und eine sensible Seele haben, um die wir uns kümmern müssen. Mit diesen Themen werdet ihr euch in den kommenden Jahren auseinandersetzen müssen. Auch wenn es nicht immer angenehm ist, Chiron-Transite bringen uns ein großes Stück bei der Persönlichkeitsentwicklung voran. Und wenn ihr als Heiler, Coach oder Berater unterwegs seid, werdet ihr wahrscheinlich nochmal ein ganz neues Verständnis für die Menschen, mit denen ihr arbeitet, entwickeln. Und diesen Transit spüren jetzt im April als erstes die allerersten Steinböcke, die so um den 21.12. rum Geburtstag haben. Und weil dieser Transit sich in eurem vierten Haus der Familie abspielt, kann es auch sein, dass ihr durch gesundheitliche Probleme eurer Familienmitglieder auf diesen Weg geführt werdet, indem ihr euch um sie kümmern müsst. Das gilt für das Steinbock-Kollektiv. Wie der Chiron in eurem persönlichen Horoskop steht, das können wir uns natürlich in einer individuellen Beratung genau anschauen. Für die Neumond-Meditation bietet sich deshalb an, dass ihr über diese Themen reflektiert, über eure eigenen persönlichen Schwächen oder auch Gesundheitsprobleme und wie ihr damit umgehen wollt. Über neue Methoden und Wege der Heilung, über die Verbindung zu euren Familienmitgliedern und was ihr bereit seid, für sie zu tun. Das Gute ist, dass dieser Neumond wunderbare Inspirationen und Eingebungen bereithält, wenn ihr bereit seid, offen für ganz neue Denkansätze zu sein. Was euch als Problem erscheint, seht ihr dann vielleicht in einem ganz neuen Licht als Chance zur Entwicklung. Bitte schaut euch dazu auch mein Special über Chiron an, da erfahrt ihr noch mehr über diesen wichtigen Transit. Am 20. April um 5.12 Uhr am Morgen geht dieses Jahr die Sonne ins Zeichen Stier und aktiviert für die nächsten vier Wochen euer Sonnenhaus der Lebensfreude und der Kreativität. Dieser Aspekt verlängert die günstige Phase mit der Venus und schenkt euch neue schöpferische Kräfte und auch Lust auf Liebe und Erotik. Gleichzeitig bildet auch der Jupiter günstige Aspekte zu eurer Sonne und auch wenn viele verschiedene Anforderungen auf euch einstürmen, ihr kriegt es irgendwie hin, dass der Spaß am Leben nicht zu kurz kommt und dass ihr in einer harmonischen Verbindung mit euren Lieben bleibt. Grundsatzdiskussion mit der Familie solltet ihr in der letzten Woche des Monats aber nochmal weiträumig aus dem Weg gehen, sondern euch lieber auf die schönen und positiven Seiten eures Zusammenlebens konzentrieren. Am 24. April geht die Venus ins Zeichen Zwillinge und damit aus dem direkten Harmonie-Auspekt zur Steinbock-Sonne heraus. Sie läuft dann für die nächsten knapp vier Wochen durch euer sechstes Haus, dann habt ihr einen guten Lauf im Job, seid beliebt und habt auch Spaß daran, eure Arbeitsumgebung schön zu gestalten. Zum Monatsende dürft ihr euch auf ein langes, sinnliches Wochenende freuen. Und der Höhepunkt ist in der Nacht von Sonntag auf Montag, da haben wir den sinnlichsten Vollmond des Jahres in den Zeichen Stier und Skorpion und das ganze inharmonischen Aspekt zur Steinbock-Sonne. Nehmt euch den Brückentag am Montag frei und genießt den Tanz in den Mai. Das waren eure Konstellationen im April. Falls ihr mehr über eure finanziellen und gesundheitlichen Aussichten erfahren wollt, solltet ihr eine Beratung bei mir buchen, denn diese Themen sind so persönlich, die deute ich lieber, wenn ich das individuelle Geburtshoroskop vor mir habe. Die Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 6. April um 17 Uhr, dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 11. Mai um 17 Uhr. Falls ihr den Workshop Saturn-Probleme heilen verpasst habt, kein Problem, ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen und dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ja, bei meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Colliers zu gewinnen, so wie ich es versprochen hatte. Ich trage hier den Steinbock, aber natürlich passend zu eurem Sternzeichen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Mai bekannt. Falls ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr euer persönliches Collier natürlich auch direkt im Shop bestellen. Es kostet 59,90 Euro und ihr findet den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Keine Sorge, das kostet gar nichts, aber ihr werdet dann immer automatisch von YouTube benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Und dazu müsst ihr einfach nur hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch unbedingt auch mein Special über Chiron an, Entdecke deinen inneren Heiler. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.